So, Poti Family kocht. How to make an Auflauf. Heute machen wir mal einen Auflauf. Und zwar mit Kartoffeln, die gerade schon vor sich hin kochen. Schabefleisch. Schafskäse. Und Tomaten, habe ich schon mal vorbereitet. Ja, lassen wir mal sehen. Ich muss nur warten, bis die Kartoffeln soweit sind. Ich wollte aber schon mal die Tomaten schneiden und den Schafskäse. Und das Schafesleisch anbauen. So. Wird gekocht mit Brett und Tomaten, wo der Deckel unten dran klebt. Und das tun wir natürlich gleich auch noch rein. Ja klar, das liegt ja so Unsinn. So, die Tomaten lasse ich erst mal schneiden. Die kleinen Cocktailtomaten. Kommen wir in den Auflauf rein. Einmal in der Mitte quer durch. Soll ich schon mal die Pfanne anbauen? Ja, du kannst schon mal die Pfanne anbauen. Über Tomaten haben wir in einem vorherigen Tutorial schon ausführlich gesprochen. Genau, was das genau ist. Die Geschichte der Tomaten, wo die herkommt. Und das habt ihr ja schon alles gesehen. Und dann lang und breit hat euch ja dieses zweistündige Video reingezogen, bestimmt. Deswegen brauche ich jetzt gar nichts mehr dazu zu sagen. Ihr wisst schon Bescheid, was Tomaten sind, wie man sie essen kann, wie man sie zubereiten kann, wie sie schmecken, wo sie herkommen. Alles haben wir in diesem Tutorial, in dem zweistündigen, ausführlich behandelt. So, jetzt bin gerade der, der das Schabefleisch angebraten, der Behälter kann ich nicht. So, damit man das auch sehen kann, muss man das nochmal ein bisschen kippen. So, aber das kann man ganz gut sehen. Ja, haben wir nochmal alles top reingerichtet. Das Schabefleisch werden wir in einer der kommenden Tutorials mitteilen. Schabefleisch, sehr mageres Windfleisch. Ich greife da jetzt schon mal auf ein noch kommendes Tutorial vor. Und wir haben uns also dafür entschieden, weil das halt eben sehr mager ist. Und schmeckt auch sehr lecker. Ist gar nicht mal viel teurer als normales Rinderhack. Und schmeckt eben viel, viel besser. Ja. So, jetzt nur mal die Zucker. Weil, womit das nämlich noch viel, 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 viel besser schmeckt, ist mit diesem hier. Das ist unser selbstgemachtes Bollo-Gewürz. Mit einem Geheimnis-Sent. Das werden wir in einer der folgenden Tutorials auch mal rumtun, wie das geht. Das Geheimnis des Bollo-Gewürzes. Das ist richtig. So, ich werde jetzt diesen geriechischen Schafsmilchkäse noch eben auspacken. So, zwei schöne Teelöffel Bollo-Gewürz hinein. Und dann ist alles drin. Alles ist gewürzt. So, der Pathos ist schon aufgemacht. Ich brauche hier aber noch eine Schale. Ruhig drin, den rumbrösel. Kommt hier in die Schale rein. Wir machen übrigens heute ein Kartoffel-Experiment. Wie koche ich die Kartoffel und kann die anschließend abhellen, ohne ein Messer zu Hilfe zu nehmen, sondern die mit der großen Hand. Was, wenn es geklappt hat, wir in einem der folgenden Tutorials auch noch mal zeigen werden. So, hier kommt jetzt eine ausführliche Vorführung, wie man den Schafsmilchkäse in einer Schüssel mit einer Gabel schön in kleine Bröckchen verteilt. Den werden wir dann später über den Auflauf drüber begrüßen. Genau, für die ganzen Faulen gibt es aber auch Pathos schon, gerade in Würfel gebröckelt. Vor der Tüte. Genau, in Würfel gebröckelt. Der ist gut. Die Würfel gebröckelt. So, schön alles klein machen. Alles für die Würfel. Ja, das riecht schon gut. Das riecht schon gut, ja. Ja, das Bollo-Gewürz ist absolut der Hit. Ja. Da ist so viele schöne Sachen drin. Einmal entsprechend vorbereitet. Eine entsprechende Menge, dann kann man da lange drauf zugreifen. Und nicht kaufen oder so. Also die Tutorials muss man schon kaufen. Aber so in dem Zustand bekommt man es eben nicht. Und Bollo-Gewürz können wir uns kaufen. Genau. Schreibt einfach eine PL. Ja. Stichwort Hashtag Bollo-Gewürz. Und eure Adresse. Genau. Oder Telefonnummer und wir werden dann mit euch in Kontakt treten und alle weiteren Dinge besprechen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Tomaten, ob die Tomaten, die Kartoffeln sind. Joa, die machen wir eigentlich einen ganz guten Eindruck. Schon relativ weich. So. Jetzt macht man den Wasserkoran. Jetzt wird der Wasserkoran gemacht. Ja, weil wir brauchen noch ein bisschen die Flüssigkeit. Und wir machen dann ein leckeres Gemüßchen. Ein Gemüßchen? Aber leckeres Gemüßchen. Hast du gemacht? Dann sollt ihr schon eine Solidarität hier mitbewusken. Ich habe die geheime Zutat eingeatmet. Ach so. Das darf man nicht. Das ist das, was wichtig ist. So, habe ich hier ein bisschen gekleckert. Muss ich jetzt mal sauber machen. Voll alles hier auf die Alstplatte gekleckert. So. Dann ein bisschen grünen. Klop. Ich kann ja besser hier vorbereiten, ne? Kann man doch auch sehen. Wir können die Tomaten auch immer mal auf Seite stellen. Dann müssen wir ganz ehrlich umstellen. Auf Seite. Schafschläse auch auf Seite stellen. Und weil das Tutorial sehr kurz werden würde, zeige ich jetzt gleich hier an Ordenstelle, wie man eine Brühe macht. Brühe. Eine absolut wichtige Zufahrt in jeder Küche. Sollte nicht fehlen. Sehr schmackhaft und schnell zubereitig. Genau. Ja, dass natürlich eine Brühe in den Kartoffeln auch noch kommt, wenn ich die Reste hin zum Tag mitfüllen. Österwehren, Tomatensaft, Bucco Gartenkräuter, Rama Creme Fin, Werde in der Zwischenzeit mit dem Backofen vorbereiten. Und ein Himbeer-Smoothie. Aus von Himbeer, wie lecker. So, das Brühe-Tutorial. Also, wir machen den auch noch für zwei Tage. Und ich mache das immer so Pi mal Daumen. Aber ich würde sagen, so 250 ml heißes Wasser. Wie man den Dampf erkennen kann. Sehr heiß. Genau. Man nehme einen Esslöffel, tauche in die Brühe und nehme erstmal so einen halben Esslöffel. Hinein damit rühren. Deswegen ist das Wasser heiß, damit sich das schön auflöst. Und dann kann man das erstmal probieren. Salzig genug. Da wir hier zu Hause sind, darf ich einmal Löffel lecken und den anschließend wieder da rein tun. So. Jetzt würde ich sagen, kommt da erstmal ein bisschen Knoblauchpulver rein. Das habe ich ja gerade überschlagen. Äh, unterschlagen. Barschlagen. Oh. Ja, genau. Das ist ja auch hochstaubig, diese Knoblauchpulver. Wir haben hochstaubiges Knoblauchpulver. Da kann man bestimmt noch Explosionen mit erzeugen. Aus dem Asiamarkt. Das hat aber nicht der Chinese geschrieben. So. Jetzt brauche ich nochmal ein Messer. Frischkäse. So. Ungefähr zack. Drei Esslöffel Frischkäse. Ja, man sehen kann. Drei Essmesser. Esslöffel Messer genommen. Genau. Und was gerade da ist, kurz dran riechen. Riecht noch gut? Riech mal. Ich glaube schon, ne? Ja, genau. Ein bisschen Ramacram hinein. So. Tomaten was schütteln. Damit die Stückchen vermischt werden. Und ein bisschen hinein. So. Das heißt, man hat jetzt genug Flüssigkeit für den ganzen Auflauf. Wer ein bisschen dicker mag, kann ja noch ein Ei reinhauen. Dann stockt das Ganze. Wir mögen das nicht so. Das ist so glibrig dann. Deswegen bleibt das bei uns ganz flüssig. Die Kartoffeln sind jetzt fertig. Am nächsten Tag schmeckt der Autofelbriss viel geiler, weil die Kartoffeln die Soße aufgesogen haben. Kartoffeln sind fertig. Kartoffeln sind fertig. Okay. Kartoffeln tun wir jetzt in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Also rohlich von der Schüssel. So. Die Süsken noch mal probieren. Gut. Und dann können wir den Rest wieder backrollen. Bip, 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 bip. Da kommt die Schüssel. Da kommt das heiße Wasser rein. Kaltes Wasser rein. Genau. Wir machen halt was. Wir kippen einfach den Topf mit den neuestigen Kartoffeln in die Plastikschüssel. Da muss ich voll abgießen. Ja. Ich kann die aber auch hier mit dem... Du stellst mir die Schüssel hin. So. Dann wird das auch zeigen. Schüsselt mich kalt im Wasser. Die Brühe kommt mal weg. Dann kommt das hier wieder nochmal drauf. Und dann werde ich die Kartoffeln mit einem Schöpflöffel hier hinein tun. Jetzt werden die abgeschreckt, sozusagen, die Kartoffeln. Und dann hoffen wir, dass wir diesen geilen Kartoffelschäl-Trick damit machen. Ja. Das ist jetzt auch Premiere hier. Manche Kartoffeln schwimmen und manche nicht. Ja, die sind mit Eiern, weißt du? Die sind dann schon ein bisschen... Ja, genau. Sind da schlecht. Sind schon schlecht. Ja. So, jetzt nehme ich mir mal ein Tüchlein, um das auszuprobieren, ob das auch funktioniert. Ich habe die mittig eingeschnitten. So, und dann hat er so gemacht. Und die Kartoffel habe ich jetzt zu tief eingeschnitten. Und die hast du schon geteilt, ne? Deswegen nehme ich einfach mal mal an. Die habe ich schon geteilt. Genau. Der hat einfach hier gerieben, aber das funktioniert leider nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ein bisschen schon, aber nicht so wirklich. Das ist nicht so erfolgreich. Das können wir nicht zeigen. Können wir nicht zeigen. Ich probiere das jetzt immer mit ein. Einer aus. Die anderen haben wir dann schon geschnitten und die eine bleibt ungepeilt dabei. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann kann man das nochmal ausprobieren. Hat man so eine Referenzkartoffel. Genau. Und dann kann man auf den Knopf drücken. Möchten Sie diese Art des Pehl-Vorgangs auf alle anderen anwenden? Genau, da muss man die alle anklicken. Genau. Wie gedrückt am Haus. Genau, der Steuerungstanz. Ja, genau. Und dann sind die alle markiert. Genau. Zack, funktioniert's. Kleines Kochtutorial. Für Kartoffeln. Na, wir nehmen das langsam dem Ende hier. Mhm. Diese Formularbeit. Also der einzige Vorteil von dem kalten Wasser ist die Kartoffeln, die nicht mehr heißen. Ja, das ist echt gut. Ansonsten verbrennt man sich ja sofort die Finger an den Legern. Ja, und früher habe ich auch mal gehört, dass das schwieriger wird. Man darf die gar nicht so lange abstrecken, das stimmt überhaupt nicht. Also, Mythos, schrecke die Kartoffeln nur kurz ab, weil der Pehl-Vorgang dann schwieriger wird. Aufgelöst gibt es nicht. Genau. Man kann die Kartoffeln wahrscheinlich bis morgen in dem Wasser lassen und dann ganz bequem pehlen. Ja, das können wir ja mal in einem Experiment-Vorgang machen, da... Genau, die Referenz-Kartoffeln. ...die wir über Nacht da in dem Wasser liegen lassen und gucken, wie man die morgens dann pehlen kann. Ich komme vor wie bei den Mythbusters hier in der Küche. Die Mythose hier. Mythose? Ist die Mehrzahl von Mythos eigentlich Mythose? Ja, Mythi. Oder Mythen. 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 Mythi, genau. So, das ist übrigens, da koche ich morgen eine Suppe draus. Kann man das sehen? Was ist der leckere Kartoffelscharf mit dem garten Wasser? Ja. Aber das ist die Suppe für die Nachbarn dann. Für die Nachbarn. Nicht für uns. Was von dieser Kartoffel ist gleich nicht mehr viel über. Die ist so klein, ich kann hier meine Hände kaum halten. Das ist das hier. Und die Schraube dran. Guck mal, diese tolle Kartoffelpieker, ne? Diese Dreizackige. Ja, die haben wir auch in der Schublade. So ist das nicht. Kartoffeldreizack sozusagen. Haben sie das auch. Ich hab's halt immer blöd, das Ding. Da riecht immer die Kartoffel dran ab. Ja, wenn die zu weich ist. Die hat natürlich nicht so weich gepackt werden. So. Fellvorgang abgeschlossen. Schickt. So, jetzt werden wir die mal hier in den Auflaufform. In den Auflaufform. In die Auflaufform reinschneiden. Ich schnippel dich in die Auflaufform. Ich schnippel dich in die Auflaufform. Ich kann auch gar nicht. Ich hab schon gesagt, dass es ja für eine Woche ist. Das sicher. Nein, ich kann keine Kartoffeln mehr sehen. Fertig. Fingerchen? Genau, ich schmeiß mein Knähtchen rein. Also, für die Zwanghaften können die die natürlich da irgendwie hinlegen. So, ja, kleinen Fähnchen basteln oder was auch immer. Wir klicken einfach alles drauf. Hackmasse hier. Schön Folloparts gewürzt. Das waren übrigens jetzt gerade 270 Gramm Schadefleisch. Ja, ganz wichtig für zwei Tage und zwei Pinner. Alles schön vermengen. Genau. So. Zack. Gebröselter Schafskäse. Genau. Klebe immer ein bisschen an der Schlüssel rum. Liegt an dem Klebereiweiß im Schafskäse. So. Den kann man einfach oben drauf lassen. Ein bisschen da reindrücken. Aber der macht halt nachher die schöne Kruste. Da muss man nicht noch fitten Goudakäse oben drauflegen. Das schmeckt sowieso nicht. Dann Schafskäse und Gouda. So. Und nun kommt die Brühe, die ich bereits in diesem Tutorial vorgeführt habe. Einfach da drüber. Und dann geht man immer so in der Runde. Und dann manchmal ist da so ein dickes Brötchen. Oder auch zwei, die an der gleichen Stelle auch landen. So. Das ist der Schmessgel, der Frischgel, der hat sich nicht aufgelöst. Genau. Aber das ist egal. Das ist egal. Dann wird jetzt mal warm. Genau. Dann löst er sich auf und verteilt sich komplett in der ganzen Schüssel. So. So sieht es dann aus. Nachher noch ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch drüber. Ne? Und jetzt geht das Ding in den Ofen. Ofen auf. Auflauf rein. Ofentür zu. So. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen. Genau. Das war's. Jetzt müssen wir erstmal den Dreck hier beseitigen, den wir hier gemacht haben. Aber gehört eben dazu. Pupi, kommst du bitte aufräumen? Pupi ist eine unserer Katzen. Ja, Spottipupi. Genau. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Puppis. So. Auflauf fertig. So sieht das aus, wenn man das schon aus der Auflaufform auf die Teller gemacht hat. Lecker, ne? Mhmmm. So. Und was machen wir jetzt damit? Ress das jetzt auf und lass uns das schmecken. Richtig. Guten Appetit. Guten Hunger. termilch Vielen Dank.